Ein Pokémon-Wechsel! Dieses Pokémon war scheinbar nicht die optimale Wahl. Ring frei für Arimani! Oh, es regnet Windschirm! Wie wird es dem eingewechselten Pokémon ergehen? Es regnet sehr stark hier im Pokémon-Stadium. Wenn du vor hast, ins Stadium zu kommen, dann solltest du einen Regenschirm mitbringen. Ein Pokémon-Wechsel wird vollzogen. Ring frei für Bolto-Ball! Was ist das? Ein kleiner Kratzer! Wie wird sich dieser Pokémon-Taus aus dem Kampfverlauf auswirken? Okay. Das Pokémon wird zurückgerufen! Ring frei für Arimani! Was ist der Pokémon-Taus aus dem Kampfverlauf auswirken? Was ist der Pokémon-Taus aus dem Kampf? Nein, das hat nicht funktioniert! Welche Auswirkungen wird dieser Pokémon-Tausch auf den Kampf haben? Es senkt seinen Initiative-Wert, um seine Kraft zu steigern. Eine Böse-Attacke! Die Böse-Attacke! Greffa! Seriously! Das hat Scharen angerichtet! Ein Pokémon scheint doch fit zu sein, das andere hingegen erscheint müde Die Befehle wurden erteilt Es nebelt sich ein Ein gleichender Blitz Es hat aufgehört zu regnen Die Anzahl der verbleibenden KP unterscheidet sich erheblich Das Pokémon wird gewechselt Ringfrei für Nebula Hier kommt der andere, genau auf den Schwachporn, die genauigkeit sinkt Wie wird es dem eingewechselten Pokémon ergehen? Eine starke Attacke Ein großartiger Treffer Was wird es tun? Eine volle Dreifzeite Ja, es wurde mit ihm Welches Pokémon betritt die Arena? Das Pokémon betritt die Arena mit einem 3 Die Anzahl der verbleibenden Pokémon ist 2 zu 3 Der Kampf ist noch am Anfang Das Pokémon wird zurückgerufen Der Pokéball öffnet sich und gibt ein Pokémon-Preis Was ist das? Der Angriff war nicht gerade effektiv Welche Auswirkungen wird dieser Pokémon-Tausch auf den Kapp haben? Sie sind bereit Wie wäre es damit? Ein kleiner Kratzer Ach, der Silberblick Ja, der Verteidigungswehr sinkt Beide Kämpfer versprühen Funken Okay Ah, seine Verteidigung nimmt zu Kunsterregende Grimasse Die Statuswerte des Gegenübers Was jetzt? Das hat nicht viel gebracht Es greift immer noch nicht an Die Spannung steigt Was wird es tun? Das hat nicht viel genutzt Was nun? Oh, das war schwarz Ein erbitterter Slatterpausch Hier kommt der Angriff Der Angriff war nicht gerade effektiv Was ist das? Das hat nicht viel gebracht Oh, der Initiativ in der Zink Geht beiden Pokémon die Luft aus? Ein Sternpower Welches Pokémon wird jetzt eingesetzt? Was kommt jetzt? Das Pokémon erhält eine weitere Chance Ein Pokémon scheint da unfick zu sein Das andere hingegen erscheint müde Was kommt claims dazu? X2 Ja wohl Ja wohl Ein Treffer Oh, oh Es geht zu oben Es sitzt nur noch ein Pokémon auf der Bank Okay Der Pokéball öffnet sich und gibt ein Pokémon-Preis Es verbleibt nur noch ein Pokémon Jetzt heißt es ein Pokémon gegen zwei Das ist ein Pokémon-Preis Die Ehre ist da nicht! Jawohl, Status verschlechter! Lebenshelle! Oh, oh, das ging vorbei! Beide tun sich schwer. Was ist das? Ein Chewbacca-Treffer! Was jetzt? Auch das, Lupin! Die Menge wird durch diesen spannenden Kampf angehalten! Das Pokémon wird zurückgerufen! Das Pokémon erhält eine weitere Chance! Hier kommt der Angriff! Jawohl, ein Treffer! Das muss ich merken! Welche Auswirkungen wird dieser Pokémon-Kausch auf den Kampf ab? Was wird es tun? Ein großartiger Treffer! Ein kröpferer Schlag! Oh, es ist völlig erschöpft! Jedem Trainer steht nur noch ein kampffähiges Pokémon zur Verfügung! Das Pokémon-Wettritt erneut in die Arena! Das letzte Pokémon-Wettritt in die Arena! Ich riech'st! Was, nun? Treffer! Das hat scharf abgerichtet! Stab-Wettritt in die Arena! Es sind keine kampffähigen Pokémon mehr übrig! Das war der Kampf ist vorbei!